Und somit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Day Z mit Rico, Revo und Andi. Hi. Wir haben ein Tier gesehen. Ein Tiertier. Ich hab sogar schon wieder verloren. Ja, ich auch. Wo ist es? Verdammt. Interm Baum oder so. Ich glaube auch. Wollen wir wirklich jagen gehen? Da ist es. Ich hab's wieder. Und davon zu gerannt. Es bewegt sich komisch. Voller Freude. Von mich sehe ich immer noch nicht. Alle drauf und dann auf 3 schießt die. Das wäre ehrenhafter Tod für das Ziel. Voll ehrenhaft. Ich würde sagen, wir nennen es Bambi. Nee, Bambis Mutter. Ja. Ich glaub auch, ja. Achso, ihr seid schon wieder alle vorgegangen. Gut, geht wieder nichts mehr. Ich dachte, das wärst du da schon. Hm, nein. Eher nicht. Ja, ich bin eh nah genug dran. Das ist ein Höherstädt. Ja. Darf ich? Flaschig. Oder erstmal. Flaschig. Nicht so schnell. Nicht so schnell, Flaschig. Echt. Dann mit Ruhe. Ich komm noch in Position. Dann können wir loslegen. Oder? Der hat irgendwie volles Hundegesicht. Oh. Oh, keine Ruhe. Keine Ruhe. Okay. Schnick schack schnuck weg. Wer macht's. Mit Frage, wa? Ja. Auf 3 schießen alle. Nein. Einer trifft schon. Einen Schuss gibt jeder ab. Okay. Okay. Jetzt bleib stehen. Los, los. 2, 3. Du hast auch selber mitgeschossen. Einmal, ja. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Ja, ich hab mindestens 3 Schüsse abgegeben. Weil er es nicht lassen kann. Und alle hin, alle hin. Ein Tier, ein Tier. Flashy? Ja. Wo bist du? Hier. Ja, oder? Du hast Messer, oder? Ich hab, kannst du's zeigen. Gibt's ja nix zu zeigen, eigentlich nicht, oder? Na ja, nimm's einfach mal. Ich leg's hier mal hin. Prost. Prost. Oh, geht es mit einem Bajonett? Ich denk schon, oder? Prost. Krass. Prost. Prost. Irgendwas, ich wusste's Bajonett, ja. Ja. Hier ist Skin and Quarter the deer. I started skinning the deer. Aber jetzt geht der Tod auf dem Erd fliegt. Nun weg ist es. Der war doch eh keiner da. Deer Pelt. Skim of Wild Deer. Wo ist das Fleisch hin? Ich hab's. Okay. Ja gar nicht. Das Messer müsste er jetzt raus geschmissen haben oder? Was? Keine Ahnung. Warte mal. Boah da ist noch Fleisch gewesen. Mit 80%. Ich brauche das Messer für meine zukünftige M4. Ah da ist es. Den Pelz kann noch einer mitnehmen und sich mal den Rucksack schnell bauen oder? Ich hab ein Seil dabei. Geht es? Nee du brauchst glaube ich nur Stöcker dazu oder? Oder Seil? Ich mein es nicht mehr. Probier es mal mit dem Seil. Ja geht. Ja echt? Ja. Müssen wir zeigen? Ja. Warte. Ich schmeiß mir mal den Rucksack weg. Ich suche erstmal nach. Kindle. Kindling. Nee warte mal. Kindling. Ich glaube ich hab's wegschmissen. Wulsen der Scheiß da. Ja genau. Okay. Wir müssen ja das Fleisch gleich mal braten. So sieht das aus ja. Ist halt eigentlich echt ganz lässig. Das ist halt wirklich cool. Wie viele Plätze hat der? Schlotz. Warte mal. Sechze. Also sehr wenig. Ja aber trotzdem. Sieht aber eigentlich echt top aus. Das sind auch ein Schlosser. Ja. 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 Du hast ja schon. Ja hab ich. Aber ich finde nix flashy. Kindling? Mhm. Kindling müsste... Für was überhaupt? Ja Kindling ist für Feuer. Ja magst du jetzt ein Feuer machen oder wollen wir auf den Nachtserver mal dazugehen? Ja wir brauchen jetzt nur noch Steine. Ja stimmt. Wo ist denn Rico eigentlich schon wieder unterwegs? Achter. Ich bin gleich zwischen neu. Ja. Wir brauchen jetzt nur noch Steine. Kindling. Fertig. Ja wir brauchen das zum Angeln. Vor allem. Komischen Baum den wo man nirgendwo findet. Mhm. Wartet nur. Ich muss mal... Hey geht nicht. Scheiß Dreck. Mach egal. Okay und jetzt brauchen wir den Baum. Oder was wollen wir jetzt machen? Wir haben absolut keine Ahnung. Wir reden dauernd. Machen wir dieses, machen wir jenes und am Ende machen wir es doch nicht. Nein wir wollen jetzt das falsch grillen und wir wollen angeln. So. Ich würde das so sagen. Erstens wir brauchen noch einen Ashwood Stick für die anderen. Genau. Hey was ist denn mit dem? Nein das ist alles nicht. So. Kindling brauchen wir noch fürs Lager Feuer und Steine. Aber das wird so auf dem Nachtserver. Ist kein Problem. Na also ich fände es ganz cool aber wir haben ja unseren Nachtserver. Ja. Und ich habe auch so ich habe... Ich tue mir hier nicht das Kindling? Hier durch die so ein Gestrüpp oder so? Ja doch nochmal. Zum Beispiel unter... Hier gibt es normal Kindling. Ja ich hatte ja so bei sowas schon gesucht aber nichts gefunden. Normal muss es das unter Bäumen geben. Aber was will ich eigentlich sagen ich habe 3 Flares dabei. Eine Taschenlampe. Nichts zwei. Dann habe ich an meiner FNX ein Licht. An meiner AK ein Licht. Der findet bei mir nichts. Ich suche auch mal. Ich habe eine Road Flares dabei. Und Taschenlampe an der AK. Also wir sollten schon was schaffen. Ja ich für den Fall auch nichts. Ich habe es auch schon dreimal gesucht. Ich finde auch nichts. Dass ich jetzt mal meine AK irgendwie hinschmeiß. Das ist der oberen Busch. Ach warte mal ich bin doch auch dämlich oder? Ich kann auch einfach so einen Busch mal zusammenklopfen. Habe ich das nicht gerade schon gesagt? Habe ich dir zukehrt? Ja wie immer. Entschuldigung. Wahre Freundschaft. Wow was ist mit dem Busch passiert? Ein bisschen mehr. Revo ist dagegen gelaufen. Nein. 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 Ja die liegen hier rum. Nein. Doch ich habe sie doch gerade gesehen. Ja. Tschau. Ja wo ich setze. Ja stimmt. Ich sehe es auch. Ja die jetzt mitgenommen. Ja Woten Sticks habe ich selber. Aber wir brauchen doch andere oder? Ne Woten Sticks die brauche ich gerade. Fürs Feuer. Fürs Feuer genau. Er hat welche. Wieso sagst du nichts? Was? Ich hatte nur einen. Weil ich dachte wenn ich mal ins Bein brich. Schön dass du nur an dich denkst. Ja du meinst. Unser romanisches Lagerfeuer. Mit frisch erlegtem Tier. Ja. Wollen wir den Feuer machen? Nein. Nein das machen wir auch nachts aber. Jetzt wollen wir auch noch Steine. Ja. Und die blöden Ashwood sticks. Ja. Dann können wir unseren Bogen machen. Und ne Angel. Hab ich mal Pfeile? Ja. Okay. Ich hab so viel Scheiß Dreck dabei. Also das ist voll echt heftig. Und ich hab halt dumm was echt nur zwei Streichhölzer. Oh Gott. Also da vorne können wir Steine klopfen. Die brauchen wir da eigentlich nur einen oder? Zwei am besten. Ich weiß halt nicht was es bringt. Umso mehr umso besser. Ich bin eigentlich in der Nähe von einem Steinbruch. Ach ja genau den Steinbruch den gab es ja nicht zu sehen. Weil die Folge ja im Arsch ist. So. Wie bitte? Oh. Der müsste doch auch hier liegen. Ich sag aber. Gute Frage. Klopft ihr noch oder wird das nichts mehr heute? Ich hab schon geklopft. Aber irgendwie. So bringt das nichts. Na so. Du hast wenn dann im Inventar gleich oder? Ich hab nichts. Ah ich hab einen hier. Ja ich hab schon im Inventar. Komm hier hin. Andi. Hör auf. Sonst ist deine Spitzachs weg. Da wo ich jetzt stehe ist einer. Ja ich stehe. Hast du auch? Ja ich hab schon einen. Ihr müsst Platz haben ohne Ende. Alle. Was? Ich hab auch noch eine P1 dabei. Und eine Magnum. Und eine 1911er. Und eine FNX. Alter. Und eine AK. Und eine SKS. Du brauchst dich gar nicht wundern. Du brauchst dich gar nicht wundern. Über zwei. Ich hab nicht ganz viel. Mir fehlen noch die Schotflinte und die CR. Ich weiß. Jetzt brauchen wir erst. Hau mal den Kompass raus. Würde ich sagen. Wofür? Ohne Witz. Ja dann muss man wissen wo wir hin müssen. Ja wo willst du denn überhaupt hin mein Junge? Mein Junge. Ich weiß ich auch nicht. Wir brauchen einfach nur diesen. Ich lauf jetzt einmal da runter. Wir brauchen halt einfach nur diesen scheiß blöden Baum. Da können wir loslegen. Wisst ihr noch in der Folge wo wir den einen Jubi getroffen haben. Und da hat Matthias so einem Baum gefällt. Im Dorf ja. Ja genau. Und so einer ist das ja. Der unter 6, 7 mal auf der Karte. Ja ja. Selten ist er. Ah ich seh ihn da hinten. Der dritte in der fünften Reihe von rechts. Ich muss einfach mein Inventar so ziehen. Ist das so ein großer? Kann das sein? Mhm. Mhm. Ich glaube fast. Jupp 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 jupp. Ah jupp 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 jupp. Jupp 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 jupp. Ist auch nicht offen oder so. Oh. Ist ja eh nicht. Ja mein Firefighter hält eindeutig länger als diese Splitting-Axt. Jupp. Jetzt sind wir wieder hier. Ich wollte es sehen. Seit zwei Folgen rennen wir auf dieser Wiese rum. Ist ja auch ne schöne Wiese. Ja das ist ja wichtiger. Ja. Also dann schmeiß ich hier mal meine Aka weg. Sondern riesen Baum fallen oder ein kleiner Baum. Hast du zwei Waffen dafür oder was? Ja. Ja. Ich bin ja tot. Haha. Ach ne gute Deckung oder? Ich hab ne Aka gefunden. Firewood schon wieder. Wo ist die Aka? Warum muss der Baum immer auf meine Waffen fallen? Warte mal wo waren die? Ich hab die gerade irgendwo gesehen gekriegt. Ne, die ist weg. Halt deinen Mann. Warum finde ich hier nur Firewood? Ne, hier ist es. Schau, hier wo ich bin. So. Hier ist nur Firewood. Ja. Hier ist nur Firewood. Ja. Ich weiß. Das ist komisch. War doch der falsche. Nein, hier ist die Aka. Da hacken wir ihn noch mal rein. Vielleicht kommt er noch was draus. Das ist ja nicht. Und das letzte Mal als ich das gemacht habe, da war der ein wenig außerhalb legen. Das sind halt so ganz lange weiße Stöcke. Letztens mal aber auch so ein weißer Baum. Nicht so ein dunkler. Ja. Also ich mein jetzt ne? Ja. Mit so einem etwas klareren Stamm. Aber ich mein, das war ein kleiner, dicker, mit dunklem Stamm. Was ist denn mit dem, der wo da hinten an den Schienen steht? Ist das auch so einer? Was für einer? Ja. Was ist denn mit dem da hinten? Die ist ja da in dieser Reihe, der erste. Ne, das ist da vorne. Ne? Oder? Ne. Nein, zumindest nicht. Nein. Ich glaube auch nicht. Ich bin einfach jetzt da oben bei den Schienen da in die Baumgruppe und fälle alles was da steht. Ja genau, mit einer Axt, die mittlerweile geworden ist. Ja Julgo. Nimm den Stein von Andi und mach's wieder scharf. Ja. Na stimmt eigentlich. Ja. Es muss der hier gewesen sein. Warum braucht man da spezielle Stöcke, das ist so schön. Ohne Witz. Ich geh gleich zu den Garagen und guck ob ich da was finde ey. Hey komm lauf mal da eh mal hin und schau mal ob da ein Baum ist. Ey die sind riesen Laubwälder. Es kann jetzt sein, dass da rein so ein blöder Baum dabei ist. Doch hat er sein. Hm. Auch immer roma. Ich muss jetzt gleich so mal was essen. Ja das perfekte Versteck. Ja ohne Netz ne. Ja. Alles ist halt eigentlich echt top. Was? Versteckt? Ja. Ja. Der muss ja erstmal nicht vorbei kommen hier oben. Das ist recht unwahrscheinlich. Ja. Aber wenn einer kommt dann hast du ihn. Ja. Ja. Du sagst wenn hier mal einer vorbei kommt hier laufen gerade vier Leute rum. Ja. 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 Stimmt. Ich hacke jetzt mal den Baum hier zusammen. Geh mal dort. Neftrapped some fire. Ja gut. Ja gut. Wie ist das mit dem großen hier? Oh ich sag jetzt mal Akasha bitte. Unterm Baum. Normal nicht? Ich hab die doch echt so. Fuck wo ich hab die doch hier weggeschmissen. Ach da liegt sie auch. Gott bin ich blind. Mit welchem Baum? Mit welchem Baum? Mit welchem Baum? Mit dem großen. Mit dem oder dem hier. Ich weiß nicht. So ich schmeiß hier meine Akasha hin. Mit dem da fällt der Baum hin. Ja. 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 Das kann doch nicht wahr sein oder? Welcher fucking Baum ist das nun mal? Das ist halt die Frage. Wo sind das diese Bäume hier? Das sind die kleinen dicken. Mhm. Probieren wir es halt mal. Akasha liegt hier. Hat keiner geachtet drauf. Egal. Ja das waren sie. Jetzt sag ich doch. Du bist so gut. Was habt ihr sie jetzt oder was? Ja wir haben sie eigentlich gefunden. Wo ist meine Akasha? Frashi und seine Akasha. Ja das hab ich mitbekommen. Frashi hinter dir. Boah. Alter. Er sagt nur ein Auto deutlich. Hier liegt die Akasha. Ich geh mal zu den Garagen. nicht. Er hat jemand die Dinge mitgenommen. Die Ashwood. Ich nicht. Na auch nicht. Toll ne? Ja. Ja. Hammer. Wo sind sie denn jetzt hin? Find ich die auch nicht mehr. Alles verschwindet. Das ist echt so. Nur wenn ich danach suche. Gerade sind sie mal kurz aufgeploppt. Fischi. Unser Jens ist mal wieder online. Oha. Ah da sind sie. Ich hab sie. Vielleicht. Wer macht mir hier schon die Garagen? Da. Ah das bin ich. Ja. So dann baue ich jetzt erst mal eine Fishing Rod. Da glaube ich noch gar nicht. Außer dem Ding. Wie viele fucking Plätze brauchst du denn die? Wahrscheinlich 10.000 oder so? Ähm. Vier übereinander. Mhm. Wie? Rucksack. Hier drüben war ein Pistil. Erschlobe. Ist mein Brust du das? Nein. Ich werde jetzt hier gleich wieder meine AK verlieren. Werde ich mit euch. Wie scheiße die alle? Hm. Hier. Hier. Jetzt ist eine graue Hose. Wirklich? Ja. Ich muss jetzt mal schnell ein wenig was essen weil ich hungrig bin. Und dann habe ich aber. Ich habe es schon fertig gemacht. Jetzt chill doch mal ein wenig. Ja hab ich. Wo bist du? Ich stehe noch in dem Baum. Den ich gefällt habe. Ich habe mich nicht bewegt. Ja. Energiesparmodus. Mhm. 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 Pumpdu распraktiviert werden. Outplay. Wehe das braucht mehr als vier nach oben. Hm. Was willst du denn machen hey? Kai? kh schwer. Braucht mehr. Du Lügenbold! Lügen bold wie oft mehr er braucht sechs nach oben kann mir jemand mein Kanté noch irgendwie mitnehmen ja die andere aufnehmen der Tierrichter drin für mal kaum und sechsmal kleiner machen ja die Splint werden jetzt haben nächste Woche kleiner gemacht da die Kanteil bitte ja ich hab gleicherzeug gefunden ja 32 Stück ok passt so jetzt haben wir schon mal die Angelrute jetzt brauchen wir noch Würmer und den Rest fürs Feuer für Feuer haben wir jetzt ja ok dann haben wir ja alles dann kann ich eben ein Feuer-Place-Kit machen machen wir nur noch einen Teich mhm wo treffen wir uns jetzt erstmal kurz beim Hof vielleicht beim Hof ich steh'n da so dringungslos vom Regal ich weiß jetzt hier eine Paprika ja heimlich da war noch so ein schönes Magazin wo ist es denn hier ne oder ich hab ach scheiße hm ach ich hab mein Budstock mein Metall-Ding schwarz angesprüht was dabei jetzt rauskommen wurden Budstock aber die Farbe ist cool oder das ist schwarz irgendwie voll verkackt nein das sieht voll seltsam aus das nur hier ach so in der langen Scheune sind wir links so warte treffen wir uns einfach bei diesem riesen Bobbel da hinten oder ja Bobbel 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 so voll nein war Treffpunkt da denkt keiner, dass sich hier jemand trifft ja hast du das Flaschen nein, das bin ich hier bin ich aber gibts mir mal eben dein ding zeig mal den buttstock voll ekelhaft sieht das aus voll geil irgendwie richtig keine ahnung wo sind die hölzer für ein fireplace die streichhölzer kannst mir geben wenn du willst ja ich schmeiß alles hier raus streichhölzer was sind die noch mal was brauchen wir noch mal für das fireplace geht alles stecker und keine ahnung stecker und bandagen genau wo sind die stecker jetzt hin keine ahnung ich hab sie hier raus sie war noch bei mir liegen sie ich sehe gar nichts hier hier ist ein stück aber ich habe nach irgendwo andere vier stück noch hinschmissen ja auch wegen die liegen übereinander wahrscheinlich warte mal jetzt hat sie uns da mit in der luft warum steht hier essen so was ruiniert ist warum die ganze stück steine rausgeschmissen hast da nehme ich jetzt wieder mit was so noch ein stein hier ok die stöcke brauchen wir zum anzünden net geld die wurden sticks ok gut dann würde ich sagen suchen wir uns in der nacht server oder und dann sehen wir uns weihnachten wieder macht es gut ciao